Everything changes Hallihallo Hallöchen, wir sind da wieder zurück zu Crazy Machines Wir haben es manchmal schwer und manchmal leicht Heute spielen wir da wieder Kampagne weiter Und zwar sind wir beim Einführung sind wir durch Ich glaube wir spielen jetzt Zahnräder Seile und Ballon Und zwar wollten wir das letzte Mal sind wir nämlich dastehen geblieben Neuntens, ein Traum von einer Spieluhr Ach was würde ich alles dafür geben, das Schlaflied meiner Kindheit mal wieder zu hören Los, bring diese Spieluhr wieder in Gang Ok, ich seh zwar kein Radar, die auf dem Tisch ok Zahnräder ok Dafür müssen wir natürlich wissen was da überhaupt passiert Äh, irgendwie passiert da gar nichts Ok, der Ball Muss schon mal da hin Und dann dreht's, wie rum dreht's denn jetzt eigentlich da? So Zahnräder ist glaube ich schwierig Können wir das da hin machen? Nein, das geht nicht Wir müssen das Mal machen das Sahnrad da hin Brauchen denn eins für... Das passt da nicht rein Wir brauchen auf jeden Fall nachher eins für da Dann brauchen wir ein kleines für da Dann drehen sie nachher wahrscheinlich alle falsch rum Dann brauchen wir noch eins für da So So Mit eins für da Stimmt das? Ich krieg's nicht rein, das passt einfach nicht Ich kann das vielleicht Die greifen nicht ineinander So So schon Das muss sicher Da passt es gut Ok, wir müssen vielleicht das da Da oben drauf tun Mann Das da vielleicht so Und das da Irgendwie so Jetzt passiert wahrscheinlich gar nichts Da dreht's und die anderen drehen nicht Ok Da krieg ich's aber nicht rein Ich krieg bloß Nein Wieso geht denn das nicht? Das muss doch da reinpassen, oder? Die kommen sicher da hin So Und jetzt muss das Das kann natürlich auch So sein Nein Wieso jetzt nicht? Wir werden die Spiele Wir werden die Spiele auch niemals hören Ich werden die Spiele haben Okay, ich hab's kapiert Da unten komme ich doch nicht durch, oder? Habe ich das da auch? Das habe ich doch gar nicht da hingesetzt. Das war schon oben. Na, ich muss das schon da oben hin machen. Da passt das nicht. Passt das da? Oh, sorry. Ja, so richtig. So richtig glaube ich auch nicht. Nein. Vielleicht so? Und das irgendwie... Da habe ich nämlich schon das Problem. Nein, nein, die müssen einfach... Die Kleinen muss ich da hin machen. Das Große muss da hoch. Und das andere Große muss einfach da hoch. Ich bin mal. Okay, die drehen schon mal. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter rüber gehen, oder? Das funktioniert aber nicht. Das war's. So. So. Untertitelung. BR 2018 Was sagt er? Was ist denn das andere? Was ist dahinter gefallen? Das muss bestimmt da hin. Das ist schön so. Da, das kann dringend. Das Ding muss separat sein. Die Stimmen schauen. Ich habe ein Problem mit denen da. Jetzt. So. So. Ich komme nicht weiter an. Ich kann noch so um. Okay. Da geht es nicht fest. Da geht es auch nicht. Da greift es rein. Dann greift es da auch rein. Und da. Da war nicht. Das passt aber da nicht hin. Das passt aber da hin. Das passt da hin. Das passt da hin. Jetzt. Ja. So richtig nicht. Das noch ein kleines Stück runter. Das ist ein kleines Stück. So. Ja. So könnte es was werden. Jetzt aber. Wir kriegen die Spieluhr zum Spiel. Na endlich. Boah. Ich werde schon recht müde. Okay. Okay. Wir machen noch den nächsten Versuch. Ich bin gespannt wie es da weiter geht. Was haben wir denn? Zehntens. Fässer transportieren. Okay. Okay. Das muss wohl ein ganz besonderes Tröpfchen in dem kleinen Fass sein. Ich lade es auf mein Truck. Wo ist das Fass? Oh. Räder. Ja. Das ist das hier mit den Zahnrädern. Äh. Es muss da rauf. Ich habe keine Ahnung. Rauf schnell. Was ich da wirklich machen soll. Okay. Das hat schon mal nicht funktioniert. Das da muss nochmal. Das da hätte ich gedacht, damit sie da drauf verlangen wollte. Das Brett. Aber das war vielleicht blöd. Ja. Ich muss nur noch schauen, damit das Brett da nach vorne kommt. Okay. Vielleicht noch. Vielleicht so. Ja. Ja. Es kommt. Ich glaub ich hab's. Na wo? Jetzt. Aber schnell. Fass. Wuhuuu. Es ist aufgeladen. Jawoll. In dem Sinne machen wir gleich das nächste. Crazy Machine. Was haben wir? Die Schmiede. Schmiede ist ein gefährlicher und anstrengender Arbeit. Schmieden. Ja. Das ist gut. Eine helfende Maschine zu haben. Lass den Hammer mehrmals auf das Metallblock schlagen. Welchen Hammer? Welchen Metallblock. Aha. Und der da. Ding. 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 Das muss auf jeden Fall angetrieben werden, he. Was meint ihr denn? Passt doch nicht. Ich muss das irgendwo hin machen. Oh, ist das hier? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und da noch nichts. Wo ist denn da der Saft? So. So. Vielleicht muss ich das... Könnte ich da hin machen. Aber irgendwie reicht es mir nicht. Das muss ich... Da hin machen. Das muss vielleicht... Oh Mann. Das würde auch nicht reinpassen. Da passt es zwar rein. Aber das... Das passt wieder nicht. Oder was? Fehlt mir doch nicht irgendwas. Hey. Nein. So geht es irgendwie nicht. Aber ich glaube die Idee ist schon... Das ist gar nicht so schlecht, oder? Kann das nicht da rein? So. So denn nicht. Hey. Das wieder Sonnen. Oh Mann. Okay. Das Rad. Das muss ja vielleicht... Ja. Das ist schon eh da dran. Das ist auch da dran. Und das da... Das ist nirgendwo dran. Das ist nirgendwo dran. Okay. Jetzt haben wir alles so'n kleine Räder dran. Das da geht aber nicht. Das könnte ich doch... Müsste doch da... Vielleicht da eins dazwischen passen. Das ist nirgendwo dran. Hm. Hm. Was sagt ihr? Ja ja. Da passt es nicht hin. Und da gehört es nicht hin. Es läuft einfach nicht richtig. Puh. Da passt es schon. Sssssssst. Jetzt habe ich da noch 3 Stück. Das passt da wieder nicht. Da passt es bloß. Da nützt es mir ja nichts. Was haben wir jetzt noch so ein kleines Scheißding? Das nützt mir auch nichts. Ich muss das da antreiben können. Kann ich aber nicht. Ich muss jetzt nicht rankommen. Das ist doch blöd. Auf jeden Fall muss das da drehen. Das ist klar. Das da bekomme ich aber nicht. Ich brauche alle Energie. Das muss. Nein. Manu ich weiß es nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ja das ist ja mal ein heikles Ding. Das könnte ich mir vorstellen. Damit es. So. Aber dann reicht es doch nicht an. So. Ja. Okay. Was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir bloß noch das oder was? Das reicht auch nicht. Das reicht auch nicht. Ja. 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 Das wird auch nichts. Ich will einfach nicht aufgeben, ich muss das jetzt rausbekommen. Ich will einfach oft sein H sampai zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß es nicht. 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 Okay, nächstes Mal sind wir schlauer. Gut, das war, ich hoffe, spannend genug, damit ihr euch das nächste Mal das wieder anschaut. Ich bedanke mich hier von Crazy Machines. Ja, wir sind ja noch ein bisschen an Schmieden und sehen uns beim nächsten kniffligen Rätsel wieder.